Ich bin gleich da, bist du immer noch an der Kreuzung? Naja, da sind aber irgendwie Leichen, also irgendjemand... Alter, wie die Söhne halt einfach auf mich schießen, ey. Irgendjemand barren auf jeden Fall. Ja genau, schieß halt auf mich. Blöder Sack, ey. Wer schießt auf mich? Ach komm, erschieß den bitte auf den Polizeiauto. Mit die Reden an. Ja. Also ich würde auch schießen. Und wo war der Typ? Auf dem offenen Feld. Hey, ist das Sommer, das haben wir ja schon durch Schaus geklackt? Ne. Was ist denn hier hin? Die hängen hier am Baum. Seh ich nicht. Ah, hier mein Shadow. Aufstehen. Ich geb ein Bier aus. Ja man. Ja komm ich wieder aus meinem Baum raus. Ja du Gammler. Was ist denn da? Nein. Wo ist denn Bier hier? Geht her. Käff ich. Achso. Jetzt ist er in deinem Rucksack. Kommt. 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 Also Prost Mönners. Prost. Prost Jungs. Zum Wohl. Ich jag grad einen mit der Axt. Ich hab ihn nicht. Der Typ der mich eben getötet hat. Ernsthaft. Ja. Ich komm zu dir. Oh Gott ich hab ihn noch hundert Blut. Geil. Gar nicht betrunken. Deine Axt. Deine Axt. Du bist so das. Untertitelung des ZDF, 2020